Ich habe einen wichtigen Tipp dafür, zwischen den Öhrchen, also mental gesund zu bleiben. Und mein Tipp ist, nimm dich nicht zu ernst. Viele glauben, dass das Gewicht der Welt auf ihren Schultern lastet. Aber wenn wir ehrlich sind, sind wir nur ganz, ganz kleine Ameisen, einem Riesenhaufen von 7,4 Milliarden und paar zerquetschten Menschen. Ich empfehle dringend, bedenke immer, du operierst höchstwahrscheinlich nicht am offenen Herzen. Du darfst über Dinge nachdenken. Du solltest auch mal dir eine Auszeit gönnen. Denn wenn du immer nur in deinem Hamsterrad rennst, verlierst du die Perspektive, die nicht nur die Dinge, die du regeln sollst, ich sage mal, in den richtigen Rahmen setzen, sondern vor allem dich ständig wuselig halten und in Stress halten. Und Stress macht leider blöd. Also von daher, nimm dich nicht zu ernst. Nimm gerne die Sache ernst und dennoch leg sie auch mal wieder beiseite, um mit frischen Gedanken und frisch gestärkt wieder dran zu gehen. Das ist das Versiani an, wenn wir heute mit dem Gelники cement haben. Und Nation gesehen habe auch 6 Jahren weltweit Handwormende, hat sich vor allem dazu gehört, weil auch da was noch beację, Und bei mir auch vor allem, glaube ich, Hey, wir kommen jetzt hier wieder hin. Das ist das. Du solltest viel Spaß copper escaping Aber das ist der Qin, Wie schwerfrau 해야 Güenn 92 Meteruffy, Untertitelung des ZDF für funk, 2017